Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute, wie ihr die Errungenschaften hier bei Steam freischaltet. Das ist ganz einfach, dafür geht ihr einmal auf den Link in der Videobeschreibung. Und dort ladet ihr euch die ZIP runter hier, die Steam Achievement Manager. Und dann bei Downloads habt ihr eine ZIP-Datei. Diese müsst ihr einmal mit Rechtsklick runter, dann auf Winra und hier entpacken. Dann habt ihr ein Ordner, dann habt ihr hier eine Anwendung. Die heißt Sam Picker. Doppelklick drauf und dann bekommen wir dieses Fenster hier. Und dort geht ihr jetzt einmal auf Add Game. Dann steht hier Please bla bla bla. Kriegt manchmal eine Fehlermeldung, funktioniert aber trotzdem. Und dort sucht ihr jetzt erstmal das Spiel aus. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal hier. Ich habe Chuchu Charles und dort habe ich 18 von 24. Und das wollen wir jetzt einmal ändern. Dafür geben wir beim Programm dann C ein für Chuchu natürlich. Dann können wir da Chuchu Charles finden. Doppelklick drauf. Und dann habt ihr hier die Auflistung von den ganzen Achievements. Und wir gehen jetzt einfach mal hier oben auf dieses Schloss. Da können wir Unlock All Achievement machen. Ihr könnt auch Invert oder Lock machen. Wir tun jetzt aber hier All machen. Und dann macht ihr Commode Changes. Und dann steht hier Sort 6 Achievements. Wenn ihr jetzt wieder zurück zu Steam geht. Lädt das hier alles. Und wir kriegen hier unten schon die Meldung, dass es neue Achievements gibt. So, habe ich es geschafft. Jetzt gehen wir wieder auf Chuchu Charles. Und wir sehen 24 von 24 Errungenschaften. Ganz einfach Leute, ladet es euch runter. Link ist in der Videobeschreibung. Für Winra auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Leute. Tschüss. 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 Tschüss.